Der Coronavirus hat uns fest im Griff. Es werden jeden Tag mehr. Und die Chinesen fressen die Statistiken nach unten und die Wirtschaft wieder voll anheben, weil wir die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, obwohl das Tausende von Leuten angesteckt werden in China. Also bei den Chinesen ist die Wirtschaft wichtiger als die Volksgesundheit. Und das ist ein grosser Fehler. Die Chinesen müssen nach wie vor in der Quarantäne sein. Und sie müssen mit ehrlichen Zahlen arbeiten. Und nicht einfach irgendwelche Statistiken runterfrisieren, dass es gar keine Coronavirus-Tote gäbe. Die Amerikaner machen das besser. Sie hatten schon sehr viele Corona-Tote. Letzte Woche tausende Tote. Und so kann man nicht einfach das Gastgewerb.